Hallo, bonjour. Bist du auch in Quarantäne? Dann halte durch und ändere deine Pläne. Wir alle wissen, das alles ist schon schwer. Doch das Leben, das ist einfach nicht fair. Manchmal fragst du dich, kann das denn wirklich sein? Alle gehen zur Schule und du sitzt hier allein. 14 Tage lang, dabei bist du nicht krank. Und dein Test war negativ. Was läuft hier wirklich schief? Hallo, bonjour. Bist du auch in Quarantäne? Dann halte durch und ändere deine Pläne. Wir alle wissen, das alles ist schon schwer. So schwer. Doch das Leben, das ist einfach nicht fair. Ich weiß, du bist stark. So stark. Und hältst ne Menge aus. Ja, ne ganze Menge. Auch diese Zeit vergeht. Dann kannst du wieder raus. Jawohl. Denn alles geht vorbei. Auch diese doofe Zeit. Kopf hoch und halte durch. Bald bist du wieder frei. Hallo, bonjour. Bist du auch in Quarantäne? Dann halte durch und ändere deine Pläne. Wir alle wissen, das alles ist schon schwer. So schwer. Doch das Leben, das ist einfach nicht fair. Voll nicht fair, das Ganze. Online geht es weiter. Der Unterricht beginnt. Mal traurig und mal heiter. Auch wenn's Internet mal spinnt. Ohne viel Trara. Nehmen wir's in Kauf. Was soll man denn auch machen? Komm, sei wieder gut drauf. Und wenn du auch mal nicht mehr kannst. Dann rege dich kurz auf. Dann heule und dann schreie. Und dann geht's wieder bergauf. Yeah, hallo, bonjour. Bist du auch in Quarantäne? Dann halte durch und ändere deine Pläne. Wir alle wissen, das alles ist schon schwer. Doch das Leben, das ist einfach nicht fair. Nicht fair, gar nicht fair. Hallo, bonjour. Hallo, ihr alle. Bist du auch in Quarantäne? Auch in Quarantäne? Mensch, halte durch und ändere deine Pläne. Es kommt alles nie so, wie man's erwartet. Wir alle wissen doch, das ist total schwer, war nicht zu Hause. Aber denkt dran, das Leben ist einfach nicht fair. So ist es halt. Bann, 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 bann. Bist du auch in Quarantäne? 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 B